Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video und damit auch das letzte im Jahr 2023. Wir werden auch mal auf meine Prognose im Jahr 2024 mal eingehen, was erwarte ich bei XRP für Kurse, was sehen wir jetzt noch kurzfristig. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnier den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheinen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wenn ihr XRP traden wollt oder andere Kryptowährungen, meldet euch gerne bei meinem Partner BingX an. Dort habt ihr mittlerweile echt die größte Auswahl an allem, was ihr sucht, Forex, Krypto und natürlich auch die Stockmärkte. So und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, wir gehen rein in den Chart bei XRP und derzeit traden wir bei 0,61 US-Dollar Cent, also bei 61 US-Dollar Cent. Es hat sich letzte Woche nichts getan und diese Woche auch nicht, deswegen gab es letzte Woche auch kein Update-Video. Wir befinden uns weiterhin hier in dieser Akkumulation- und Seitwärtsphase und das Traurige, eigentlich muss man ehrlicherweise bei XRP sagen, ist, wir haben derzeit einen sehr, sehr schwachen Bitcoin-Chart, wir haben eine Altcoin-Season und XRP kann davon einfach überhaupt nicht profitieren. Wir bewegen uns hier absolut seitwärts, es gibt keinerlei neue News, wir kriegen keine Impulse, das Volumen ist echt wieder auf Minimum hier zurückgegangen, also es tut sich derzeit einfach nichts. Deswegen ist auch an der Prognose bei mir oder hat sich da erstmal nichts geändert. Brauchen wir Liquidität oder sollte Bitcoin noch weiter korrigieren, werden wir auf jeden Fall hier nochmal in diesen Preisbereich von 0,57 bis 0,56 US-Dollar Cent reinkommen. Dort haben wir nochmal massive Liquiditätsunterstützung und ansonsten, wenn wir jetzt mal auf den Daily Chart und das angucken, muss man ehrlicherweise so sagen, bleibt immer noch dieses kleine Fünkchen Hoffnung, auch für alle, die immer noch nicht in XRP eingestiegen sind, dass wir nochmal Kurse von 0,47 US-Dollar Cent sehen oder sogar, weil hier unten eben auch noch dieser lange Docht ist, von sogar 0,42 US-Dollar Cent. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich erst eine endgültige Einigung mit der SEC sehen, ich glaube im April oder sowas sollte da Vergleich etc. der RPP irgendwann mal stattfinden und bis dahin rechne ich jetzt auch nicht mit massiven Kursexplosionen bei XRP und das auch, wenn wir eine kleine Altcoin Season derzeit haben, müssen wir einfach ehrlicherweise sagen, bei XRP tut sich einfach gar nichts. Es gibt keine neuen Verhandlungen, es gibt keine neuen News, neue Anwendungsfälle weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, hört man ja auch immer, ja die Verwendung des Dienstes, aber man sieht halt einfach nichts im Chart und wir schauen uns einfach nur den Chart an und da sehen wir, dass wir einfach zuletzt hier eben an diesem Golden Pocket Bereich hier oben zurückgewiesen wurden und das ist auch momentan oder kurzfristig immer nochmal ein bullisches Ziel. Nochmal in diesem Preisbereich von 0,75 US-Dollar Cent vorstoßen, die Liquidität hier oben aufsammeln und dann nochmal einen deutlichen Drawdown nach unten hingehen. Wenn man einfach mal XRP Prognose für das Jahr 2024 so ein bisschen googelt, stößt man öfters mal auf diesen Betrag von 0,57 US-Dollar Cent oder 0,50 US-Dollar Cent, also so richtig exorbitante Moon-Prognosen. Es gab, ohne Scheiß, es gab eine Prognose 400k, bitte Leute, nehmt das nicht ernst, kann nicht passieren. Egal was mit Market Cap und so etc., ihr wisst, was ich meine. Aber ansonsten sind die ganzen Prognosen, ich sage jetzt mal die Bullischsten, die ich mir jetzt mal so ein bisschen angeguckt habe, alle so zwischen 1 Dollar und 1,60 Dollar und ganz ehrlich, da gehe ich sogar einigermaßen mit. Wieso? Schauen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen auf dem Gesamtschart an. Wir räumen hier mal ganz kurz ein bisschen auf, machen mal hier die ganzen FIP-Levels weg, zumindest die kurzfristigen und ziehen uns dann einfach mal unser FIP-Level von unserem derzeitigen oder vom letzten Hoch da im Bullrun von 1,90 Dollar bis zu unserem Korrektur-Level, was wir ja ewig hatten, also die Akkumulations-Fasche zwischen 28 und 40 US-Dollar Cent war ja gigantisch geil. Und da sehen wir, okay, Preisprognosen bis ungefähr 1,32 Dollar bis knapp, ich sage jetzt mal 1,60 Dollar sind absolut drin. Wir haben hier oben das Golden Pocket liegen, wir haben das 0786er und wir haben gesehen, was bei einer vorläufigen Einigung hier passieren konnte. Wir sind innerhalb von, ich sage jetzt mal, Stunden um knapp 100% gestiegen. Das war unser Exit hier oben, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern im Laufe des Jahres, wo ich dann in der Telegram-Gruppe gepauselt habe, jo Leute, ich verkaufe hier oben und wir sind dann hier unten langsam wieder eingestiegen. Und das war auch eine gute Entscheidung bis hierhin. Und wie gesagt, für das nächste Jahr, ich bin grundsätzlich, was XRP angesagt, ihr wisst, ich bin nicht der größte Fan, was XRP anbelangt. Trotzdem, rein charttechnisch sind hier auf jeden Fall nächstes Jahr Kurse möglicherweise zwischen 1,32 und 1,61 grob drinnen. Wäre das Golden Pocket, wäre auch das 0786er bei Bullish News und man muss auch dazu sagen, XRP befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend. Also wenn wir uns jetzt mal einfach nur die Linie hier so grob rüberziehen, seht ihr auch, wir bilden höhere Tiefs. Das heißt, wir sind auf jeden Fall in einer Aufwärtsbewegung. Was mich an der ganzen Sache hier nur kurzfristig stört, ist eben dann hier oben dieser Preisbereich bei 91 US-Dollar Cent, weil wir diese hochs nicht rausgenommen haben. Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Also das ist so mein Bullish-Ziel, wäre ich absolut zufrieden damit. Würde halt nur, wenn wir mal nach dem jetzigen Stand gehen, ein Kurs-Pump von 130 bis 160 Prozent bedeuten. Aber hey, wenn ihr es auf der Bank anlegt, kriegt ihr auch nur 4 Prozent oder sowas. Das wäre natürlich das Bullish-Ziel, aber wie gesagt, mein Maximum-Drawdown, wo ich immer noch mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wo wir noch hingehen könnten, wären eben hier die 0,42 US-Dollar Cent. Das ist mein bearish-Ziel für nächstes Jahr. Erst einmal sollten wir bei Bitcoin noch mal unter 30k fallen, dann sehe ich auch noch mal die 30 Cent. Aber ansonsten ist das mein bearishster Case und der Bullish-Ziel, einer ist hier zwischen 1,37 und 1,60 US-Dollar. Ansonsten schreibt gerne mal unten eure Prognosen mal rein. Würde mich mal interessieren, was ihr oder welche Kursprognosen ihr für das Jahr 2024 bei XRP seht. Habt ihr vielleicht eine Erklärung dafür, warum hier momentan einfach nichts geht? Also der Chart ist momentan absolut öde, man braucht hier auch nichts traden. Ihr könnt euch daran erinnern, dass wir hier unseren Short-Trade noch offen hatten. Den werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch langsam schließen. Schauen wir mal noch jetzt so bis ins neue Jahr hinein. Aber da werden natürlich auch Funding-Gebühren fällig. Muss man auch alles bedenken. Aber wie gesagt, schreibt gerne mal eure Prognosen unten rein. Würde mich brennend auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch. Lasst es euch gut finden. Wir hören uns im neuen Jahr dann zu einer neuen XRP-Analyse. Und ansonsten guten Rutsch. Lasst es euch gut gehen. Startet gut rein. Und ja, liked da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir. Bis zum nächsten Jahr. Ciao, ciao und wie immer. Stay quick.